Ein wunderschönen guten Morgen, Freunde und herzlich willkommen zu einer nächsten Episode hier aus dem Norden Spaniens. Wer es verpasst hat, wir sind in der letzten Folge nach Nordspanien gefahren und waren jetzt hier vier Nächte direkt an der Grenze zu Portugal gestanden. Die ist nämlich nur zehn Minuten von hier entfernt, zehn Kilometer auch nur. Wir waren jetzt ganze vier Nächte hier gestanden, um dem Trubel vom Wochenende zu entgehen, denn hier in der Gegend gibt es einige spannende Sachen. Und zwar gibt es direkt fünf Kilometer von hier eine versunkene Stadt, die jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren komplett zum Vorschein gekommen ist. Das wollen wir uns auf jeden Fall anschauen, das dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Und danach geht es für uns wieder zu den römischen, heißen, natürlichen Quellen hier in den Bergen. Da freuen wir uns besonders drauf, vor allem bei so einem Wetter wie jetzt. Die letzten Tage war es wirklich sonnig und wir konnten hier super entspannen. Ja, aber bei so einem bewölkten Wetter sind heiße Quellen natürlich mehr als nice. Wir machen jetzt hier noch unseren Spaziergang fertig. Pepper muss natürlich raus und dann geht es los. Der erste Stopp ist auf jeden Fall. Die versunkene Stadt ist super gespannt. Los geht's. Vom Fahren her haben wir heute super Glück, denn die versunkene Stadt ist nur zehn Minuten von hier entfernt. Und von dort aus sind es dann auch nur noch 20 Minuten zu den römischen Bädern. Das heißt, alles sehr nah zueinander. Stopp Nummer eins heute, versunkene Stadt. Autos abgestellt und wir sind angekommen. Das Ganze ist nicht wirklich eine offizielle Touristenattraktion, deswegen gibt es hier keine Parkplätze. Man muss hier einfach an der Straße parken und dann hier diesen kleinen Weg runterlaufen. Und auf dem Weg runter erzähle ich euch vielleicht mal ein paar Fakten zu dem überfluteten Dorf. Und zwar kam es 1992 dazu, dass fünf Dörfer hier umgesiedelt werden mussten. Die fünf Dörfer, die davon betroffen waren, die mussten dann ein bisschen weiter nach oben umsiedeln, um hier den Stausee zu bauen. Von vier von den fünf Dörfern ist mittlerweile nichts mehr übrig. Aber das Dorf Aceredo, da wo wir jetzt auch hinlaufen, das hat es immer geschafft irgendwie zu überleben. Und wenn der Wasserspiegel ganz niedrig ist von diesem Stausee, dann kann man das Dorf immer noch sehen. Und dieses Jahr ist es so weit, dass das Dorf komplett freigelegt ist. Das gab es, glaube ich, noch nie. Und der harte Sommer, der steht ja noch bevor. Das heißt, ich will mir gar nicht vorstellen, was hier passiert. Der Stausee ist hier direkt an der rechten Seite von uns. Aber man kann von hier schon kaum Wasser sehen. Momentan sind, glaube ich, weniger als 15 Prozent des Wasserstandes nur noch da. Was einfach so gut wie gar nichts ist. Wir laufen jetzt erst mal ganz runter und schauen uns das Ganze zusammen an. Von hier oben kann man jetzt schon das Ausmaß erkennen. Es war wirklich bis da nach oben der Stausee. Und jetzt ist hier das halbe Dorf frei. Es ist nicht das ganze Dorf frei, habe ich mich getäuscht. Man sieht auf jeden Fall noch ein Häuschen im Wasser. Aber selbst von hier schaut das schon so surreal aus. Das ist einfach nur Wahnsinn. Sowas sieht man sehr, sehr selten auf der Welt. Es gibt ja auch schon Forschungen, die besagen, dass Spanien und Portugal in sehr kurzer Zeit, es dauert wirklich gar nicht mehr so lange, zu einem Teil aus Wüste bestehen könnte. Wenn es weiter so trocken bleibt, könnte es wirklich passieren, dass viele Orte hier in Portugal und Spanien nicht mehr bewohnbar sind. Das ist auf jeden Fall mal eine krasse Aussage, wie ich finde. Und hier ist alles so richtig steinig, so crazy. Man kann es sich kaum vorstellen. Und wir sind auch noch komplett per Zufall drauf gekommen, obwohl wir fünf Minuten von hier entfernt standen. Lass es zehn sein. Weil neben uns ein Wohnmobil gekommen ist und die uns gefragt haben, ob wir auch wegen der Geisterstadt hier sind. Von dem Platz, auf dem wir heute Morgen schon standen, hat man nämlich den Parkplatz da oben schon gesehen. Gestern war ja Sonntag und die ganze Straße war voll. Also es kommen wirklich sehr, sehr viele Leute hierher, um sich das anzuschauen. Ist ja auch super spektakulär. Ja, aber ich würde sagen, es hat sich definitiv gelohnt, bis Montagmorgen zu warten. Denn ich konnte weder an der Straße ein Auto sehen, noch kann ich hier irgendeinen Menschen sehen. Und ich würde sagen, ich benutze jetzt mal die Kamera, um ein paar richtige Aufnahmen hier zu machen. Das Ganze ist so spektakulär. Die meisten Häuser sind hier wirklich schon zerfallen. Aber dadurch, dass das Ganze hier mit diesen richtig harten Steinen gebaut wurde, also das hält ja wirklich immer. Auch die alten Dörfer hier in den Bergen von Spanien sind immer noch die Häuser mit solchen Steinen gebaut. Und ihr müsst euch vorstellen, das war 30 Jahre lang im Wasser. So Wahnsinn, was diese Steine aushalten. Wenn man mit solchen Steinen gebaut hat, das hält wirklich für immer, glaube ich. Das Ganze war jetzt 30 Jahre im Wasser und es ist in so einem Zustand. Und das Ganze streckt sich hier wirklich über das komplette Areal. Es ist alles voll mit diesen Wänden hier. Wenn man hier hochschaut, sieht man wirklich nur noch diese Steinmauern überall. Die Natur ist einfach crazy. Das wird wahrscheinlich die Küche gewesen sein. Man kann hier noch überall die Fliesen sehen. Der Edgar war auch da, mehrmals auf jeden Fall. Katastrophe, dass die Leute überall ihre scheiß Namen reinschreiben müssen, als ob das irgendjemand interessiert. So versaut man wirklich solche Plätze. Guckt euch das nur an. Auch die ganzen Außenwände hier mit irgendeinem scheiß bekritzelt. So einen historischen Ort und dann kann man es so fett masseln. Es ist wirklich Wahnsinn, hier durchzulaufen. Es ist wie so eine Zeitreise. Da haben wir sogar noch die Fenster dran, Leute. Die Fenster. Das hier ist Glas, Leute. 30 Jahre unter Wasser und hält noch. Auch die Dachbalken hier erstaunlicherweise noch in ziemlich gutem Zustand. Kann man sich gar nicht vorstellen, was 30 Jahre unter Wasser gelegen war. Und die sind trotzdem noch super stabil. Boah, und jetzt wird es ganz crazy. Hier sind ein paar Häuser noch. Der Keller steht noch unter Wasser, soweit man es sehen kann. Alter, hier im Wohnzimmer wahrscheinlich. Man hat hier einen Kamin. Und man hat hier noch den ganzen Ofen aus Stahl. Das hier ist natürlich noch vorhanden. Solche Öfen gibt es ja auch heutzutage noch. Das ist crazy. Da konnte man hier oben drauf das Essen machen. Da unten ist Feuer reingekommen. Sogar noch ein altes Glas. So ein Einmachglas. Komplett voll. Also komplett ganz meine ich damit. Das erstaunt mich. Der Boden hier ist auf jeden Fall super morsch. Aber ich möchte trotzdem irgendwie hier rein. Boah. Hier auch wieder so eine Küche. Genauso wie die im anderen Raum. Und hier halt alles eingestürzt. Der alte Brunnen vom Marktplatz funktioniert auf jeden Fall noch wie es scheint. Kristallklares Wasser. Das einzige noch funktionierende Teil hier in dem Dorf ist der Brunner. Hier auch. Ist wirklich noch im perfekten Zustand alles. Peppa trinken aus dem Brunnen? Ja, fein. Schaut euch das an. Falls ihr jemand erkennt, was das hier für ein Auto ist, schreibt es mir in die Kommentare. Hat hier noch das ganze Getriebe, den Motorblock, die Sitze sogar noch. Der Bereich noch komplett überflutet. Aber hier scheint es ganz gut auszuschauen. Toilette noch da. Wasserspülung. Hier gibt es auch noch einiges. Einen alten Schuh. Hier hätten wir sogar noch ein kompletten Haus des Holzdach. Kabel von der Steckdose. Wow. Schaut euch das nur an. Was für ein Blick hier aus dem Fenster. Paradiesisch. Paradiesisch sage ich euch. Wenn man hier wohnen könnte. Von hier sieht man auch die Häuser auf der Seite. Die sind komplett überflutet noch. Also halb überflutet. Da hinten die Garage. Spektakulär. Ich bin jetzt einmal wirklich durchs komplette Dorf gelaufen. War auch in jedem Haus drinnen, in das ich wirklich reingekommen bin. Wahnsinn, dass der Boden immer noch so gut ist. So stabil, dass man da wirklich in den Häusern noch rumlaufen kann teilweise. Für mich war das Ganze hier wirklich nochmal komplett speziell und ein komplettes Highlight auf unserer Reise. Denn Strand kann man wirklich fast in jedem Land sehen. Auch Berge und Wälder sind immer schön zu sehen. Aber man hat sie wirklich überall. Aber wer von euch war wirklich schon mal in einer versunkenen Stadt? Ich weiß natürlich, das Ganze ist jetzt nicht im Meer versunken. Hier im Stausee sind keine Wellen. Nichts, was das Ganze wirklich zerstören könnte. Aber für mich ist das Ganze doch super faszinierend, sich hier das Ganze anzuschauen. Wie die Leute hier früher einfach gelebt haben und auch wie gut das Ganze noch entstand ist. Ich bin mir ein bisschen unsicher, was man mit diesem Platz machen soll. Denn wenn er einfach so zugänglich hier für jeden bleibt, dann denke ich, wird das Ganze nicht mehr allzu lang halten. Gestern am Sonntag war wirklich die ganze Straße voll mit Autos. Und natürlich ist es auch nicht optimal, dass wir hier sind. Denn wirklich mit jedem Fußtritt in diesen Häusern könnte einfach ein bisschen was beschädigt werden. Und es ist einfach nicht mehr der alte Zustand. Aber mir das Ganze entgehen lassen konnte ich natürlich auch nicht. Wie gesagt, ich bin fast in jedes Haus reingegangen. Ja, die Sonne kommt jetzt auch raus. Hat gesagt, ist schon rausgekommen. Wir sind wirklich schon ein ganzes Weilchen hier. Das hier hat sich hinten hingesetzt wegen Pepper. Der kann natürlich nicht in diese ganzen Häuser hier rein. Weil natürlich auch ein paar Scherben überall rumliegen. Und ja, einfach überall Zeug rumfliegt. Hier ist übrigens nochmal das alte Auto. Super skurriler Ort hier auf jeden Fall. Aber ich bin so froh, dass wir hierher gekommen sind. Wirklich eine einmalige Gelegenheit. Ja, und ich werde jetzt Jesse aufgabeln. Wir müssen dann noch einkaufen und das Wasser vom Wohnmobil auffüllen und ausleeren. Und danach geht es für uns auf jeden Fall zu den heißen Quellen. Jetzt auf dem Zurückweg haben wir hier nochmal die Brücke gefunden. Das hier ist die alte Brücke, bevor der Stausee entstanden ist. Hier geht der Grenzfluss Lima durch, der Spanien und Portugal auch trennt. Ja, und da kann man sehen, wie weit unten die normale Brücke war, als der Stausee noch nicht hier war. Und dann ging das Wasser einfach, ich würde schätzen, 20, 30 Meter hoch. Und jetzt hat sich die Natur alles wieder zurückgeholt. Hier in der Gegend von Spanien gibt es leider keine großen Supermärkte. Man hat hier überall nur so kleine Tante-Emma-Läden. Ist auch auf jeden Fall mal richtig geil. Man hat da meistens so eine kleine Metzgerei, so ein bisschen Obst und Gemüse. Und einfach das Nötigste, was man braucht. Doppelt so teuer, aber man kann sowieso nichts machen. Ich mag diese kleinen Läden immer. Habst du die kleinen Läden? Ja, sehr. So, Tante-Emma-Laden Nummer zwei. Ich brauche nämlich Wasserkanister. Das ist nämlich so, wenn man in Tante-Emma-Läden geht, kriegt man die Hälfte von dem, was man braucht, zahlt aber das Doppelte. Man muss dann in ein paar Shops. Deswegen bin ich jetzt hier nochmal reingerannt. Aber hier gibt es die Wasserkanister. Ich höre jetzt auch auf zu labern. Das Licht ist sehr grässlich hier, wie es rumflackert. Ciao, ciao. Auf Estrada de Portugal, O312 nach Norden Richtung U1202 starten. Ich habe Backing mal runter von der Couch. Nach 400 Metern erreichst du das Ziel. Du hast das Ziel erreicht. Ja, auch hier in Spanien gibt es überall diese Ausleerstationen für Wohnmobile, wo man auch kostenlos Wasser tanken kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir haben jetzt eben 100 Liter wieder leer gemacht und das Grauwasser ausgeleert. Dann, wenn man hier um die Kurven fährt und bei der Hitze, dann stinkt das Abwasser ganz schön. Und das ist echt geil, dass hier solche Plätze gibt. Es gibt dann meistens auch, ja, hier sind ja übelst viele, 20 Plätze oder so, an denen man schlafen kann. Normalerweise sind die Plätze aber leider nicht so schön gemacht. Das heißt, wirklich nur zum Schlafen da. Wir benutzen die deswegen nicht ganz so oft, aber zum Wasser auffüllen und ablassen wirklich optimal. Ja, für uns geht es jetzt weiter, endlich zu den heißen Quellen. Von hier sind es auch nur noch 5 Minuten oder so. Und Katzensprung zu den heißen Quellen. Boah, da freue ich mich drauf, heute Abend in die heißen Quellen zu gehen, sobald es kalt wird. Nee. Boah, ist das so heiß. Ist das so heiß. Wahnsinn, dass du dich der Schlimme anstellst, als bei kaltem Wasser. Es ist nicht einfach, hier reinzugehen. Es ist so heiß. Ich hoffe, dass da hinten sprudelt. Meinst du, es kocht? Es kocht, es kochend heiße Wasser. Kann man sich hier einfach reinhocken und dann ist es chillig? Ja. Aber wenn, dann muss ich schon richtig reinhocken. Oh, das ist heiß. Jetzt habe ich es geschafft. Und, toll? Richtig geil, super angenehm, wo man mal drin ist. Wir waren jetzt ein paar Stunden wirklich in den heißen Quellen. Immer mal wieder rein, raus, rein, raus. Uns fühlt sich so an, als wäre man wirklich den ganzen Tag in der Sauna gewesen. Es ist so wunderschön hier bei den Pools, aber ich wollte da nicht zu viel filmen, weil da ja auch andere Leute drin sitzen. Und ich glaube, wenn man so einen Spannungstag macht, da hat man keine Lust mit auf dem Video zu sein. Und die Quellen, die heißen römische Quellen, das ist hier das römische Reich waren, haben die hier direkt gewohnt. Hier entlang vom Fluss kann man auch noch ein paar Überreste sehen. Die waren hier nie überflutet, aber sind auch nicht mehr ganz. Hier so ein Torbogen kann man auf jeden Fall noch erkennen. Und dann sind die hier in den Garten gegangen und haben hier den Blick auf den See gehabt. Ich muss sagen, die checken es schon aus. Schaut euch das mal an. Da hinten sind überall noch Ruin und hier hat man einen Blick direkt auf die Bergkette. Durch den Schlesgrad. Ja, das ist so traurig, dieses Buch. Jedes Buch, das toll ist, muss Emotionen enthalten. Mittlerweile haben wir auch schon ganze drei Tage später. Wir haben jetzt die ganze Zeit die Zeit hier verbracht. Es ist so ein richtiger Nebel. Es ist bewölkt. Und die heißen Quellen hier im Hintergrund. Wir waren da wirklich den ganzen Tag drin. Wir waren bei Sonnenaufgang drin. Wir waren bei Sonnenuntergang drin. Am Tag, frühs, mittags, abends, nachts. Nachts im Dunkeln. Wirklich zu jeder Jahreszeit in diesen Pools gewesen. So nice. Es gibt hier nämlich verschiedene Temperaturen von 35 bis 45 Grad. Was super heiß ist. Dann auch noch direkt hier mit Aussicht auf den See und die Berge. Das waren so erholsame Tage. Ich gehe jetzt mit Peppa spazieren. Jessie ist nochmal in die Therme reingehüpft. Die will es nochmal genießen. Und danach geht es für uns erstmal eine Aussichtsplattform mit einer wahnsinnigen Aussicht auf den Fluss. Und danach geht es wieder zurück an die Küste, auf das ich mich schon ganz besonders freue. Ich war jetzt bestimmt schon über einen Monat nicht mehr surfen. Mega Lust wieder ein bisschen auf Strand. Das Wetter sollte dann auch ein bisschen besser sein. Ja und ich würde sagen, das war es mit der Episode, Freunde. Es war so wunderschön hier. Erst diese verlassene Stadt entdeckt und dann einfach ein paar Tage hier abgechillt. Ich konnte leider nicht zu viel filmen, denn in den heißen Quellen sind wirklich zu jeder Tageszeit Menschen drin. Aber es waren unfassbar schöne Tage. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen, Freunde. Wenn dem so ist, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert und abonniert das Video, um kein weiteres zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.